hallo ihr lieben ich bin froh dass an dieser stelle kein auktionsvideo zu sehen ist in dem ich euch den tat dann vorstelle sondern ich euch einfach ganz entspannt die bilder von unseren letzten monaten ein bisschen durchlaufen lassen kann damit jemand einblick kriegt was dieses tolle pferd für eine mega entwicklung gemacht hat was er alles gelernt hat wie sehr und wie oft er auch über seinen schatten gesprungen ist um sich zu überwinden und ich glaube das faszinierende ist dass es jeder trainer von seinen mustangs sagen kann dass diese pferde einfach unfassbar lernwillig sind mega bemüht sind wirklich auch keine leichte zeit hinter sich haben mit den ganzen vielen eindrücken und dieser kompletten veränderung in ihrem leben sie ist auch in der vergangenheit nicht wirklich leicht haben und trotz allem so offene menschen gegenüber sind und sich so bemühen und einfach so klar sind im kopf das mustang melkobel bietet euch so eine tolle chance diese pferde über wochen und monate zu verfolgen ihre stärken und schwächen kennenzulernen damit ihr euer traumpferd findet also nutzt die chance geht zur online versteigerung und ich hoffe dass ihr auch so ein traum leben könnt den ich gerade lebe und dann geht natürlich nochmal ein besonderer dank an unsere fotografin sabrina steiner draus die uns einfach so toll begleitet hat auf unserem weg wir haben so viele schöne emotionale erinnerungen und das ist einfach unfassbar viel wert ja ja